Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Soul Calibur 5 in der Collectors Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Soul Calibur 5 in der Collectors Edition. Das ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist der fünfte Teil von Soul Calibur. In diesem Fall für die Xbox 360 in der Collectors Edition. Das ganze ab 16 Jahren freigegeben. Hier unten rechts die Entwickler Namco. Und dann haben wir hier diverse Figuren, die wir hier in dem Spiel auswählen können. Unter anderem auch ein alter Weggefährte aus Assassin's Creed, in diesem Fall Ezio Auditore. Auf der Seite kommt das Ganze hier wirklich in so einer Buchoptik. Also sieht aus wie so ein edles, gebundenes Buch. Oben beschriftet, auf der linken Seite ebenso beschriftet. Unten auch nochmal und auf der Rückseite lesen wir, was uns hier erwartet. Zwei Schwerter, zwei Generationen, ein Schicksal. So, als Patroklos und Pyra die Erben von Sofitia in den ewigen Kampf zwischen mächtigen Seelenschwertern eingreifen, beginnt in Soul Calibur 5 eine neue Ära. Die größten Krieger, spektakuläre Schlachten, verbesserte Gestaltungsmöglichkeiten, erobere die Welt. Okay, dann haben wir natürlich die Fotos, wie es hier in dem Spiel so abgeht. Und darunter direkt den Inhalt dieser Collectors Edition. Und zwar haben wir hier einmal exklusive Verpackung in Buchform. DLC, also Inhalte zum Runterladen. Dann vom Game Director signierte Grafik und auch ein Brief des Entwicklerteams im Pergamentstil. Making of DVD und CD mit Original Soundtrack. Das Spiel natürlich und ein Artbook. Dann hier die Infos, Barcode und ich würde sagen, wir starten. Das hier so ein Pappschuber. Da können wir das Buch entsprechend rausziehen. Und das ist dann die eigentliche Collectors Edition. Wie gesagt, kommt hier wirklich in so einer Buchoptik dunkelbraun und Gold. Hier lesen wir den Titel des Spiels. Ist hier entsprechend geprägt worden. Man kann hier das echt spüren. Dann die Seiten. Hier wirklich so in vergilbter brauner Optik. Wie so ein altes Buch. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann auch wieder so aus. In braun und Gold. Und das ist der Buchrücken. Hier auch nochmal mit dem Solar Caliber Schriftzug. Okay, im Innenleben ist dann natürlich der gesamte Inhalt. Als allererstes haben wir hier einmal die Making of DVD. Aber wir holen erst noch den restlichen Inhalt raus. Und sagen wir einmal das Spiel an sich. So, dann haben wir den Kunstdruck und diesen Brief. Und das Artbook. Auch wenn das rote Schnürchen hier jetzt nicht mehr ganz seinen Zweck erfüllt. Das Band. Da habe ich einmal falsch angehoben, glaube ich. Okay. Und natürlich das Artbook auch noch mit dabei. So, bevor wir die Box noch zur Seite packen, haben wir hier dann noch die DVD. Das ist die hier. Making of DVD. Ab zwölf Jahren freigegeben. Also hier wird man wohl so ein bisschen Hintergründe zum Entstehungsprozess erfahren und wie die Charaktere oder die Welten da designt wurden und was da so hinter den Kulissen abgegangen ist. Innen hier schön rot hier so mit Stoff ausgekleidet das Buch. Packen wir zur Seite. Und dann schauen wir mal natürlich alle als allererstes mal das Spiel an. So, das ist das hier für die Xbox 360. Wie gesagt, das ist auch das reguläre Cover. Soulcalibur 5. Rückseite genau. Ja, also die Texte, die kennen wir schon von der Boxrückseite. Und dann schauen wir mal rein. So, auf der linken Seite haben wir hier einmal die Anweisung, also die Bedienungsanleitung. Hier lesen wir, was hier drin ist. Spielsteuerung und so weiter und so weiter. Dann haben wir aber überraschenderweise zwei Sachen hier drin. Und zwar haben wir zusätzlich zur Gamedisc den angekündigten Soundtrack. Original Soundtracks steht hier. Also das ist die CD. Und dahinter dann kommt das Spiel zum Vorschein. Das ist dieses hier. OSK 16. Ja. Also wie gesagt, zwei Discs. Einmal die Gamedisc und einmal die Soundtrack Disc, die CD. Dann der Kunstdruck. Der sieht so aus. Angeblich hier ja signiert von dem Director. Wurde hier ursprünglich sicher original unterschrieben, aber wurde dann natürlich für alle Karten hier dann entsprechend kopiert. Also man hat hier nicht jede einzelne Karte handsigniert, sondern entsprechend seine Schrift hier kopiert oder eingescannt. Rückseite blank weiß. Kommt hier eben hoch vom Antikat. Ist so, ja, gestärktes Papier. So eine Kartonkarte, wie man es von Autogrammkarten kennt. Dann einmal hier dieser Brief, der hier auch mit einem Soul Calibur 5 Siegel kommt. Ah, okay. Wir müssen das Siegel gar nicht brechen. Es ist hier so zum Aufhalten. So. Der ist tatsächlich auch auf Deutsch. Also wir lesen hier Liebe Kämpferseele. Und dann könnt ihr euch natürlich, wenn ihr wollt, gerne das hier kurz anhalten, das Video und durchlesen, was uns hier so geschrieben wird. Und wer hat hier unterzeichnet? Hochachtungsvoll einmal der Director. Das ist, Moment, genau. Hier auch diese Unterschrift wieder. Die kommt uns doch bekannt vor. Und dann haben wir noch die Unterschrift vom Producer. Verschaff die Gehör unter Facebook Soul Calibur und sprich mit Game Director auf Twitter. Okay. Ja, kommt hier in so einer Pergamentoptik, in so einer Briefgestaltung. Auf der Rückseite gibt es nochmal die beiden Schwerter. So rum, jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch dieses Artbook. Soul Calibur 5 The Artbook. Kommt hier in so einem Hardcover-Buch. Und was haben wir hier? Jawohl. Wir haben hier die ganzen Charaktere. Also jeder einzelne Charakter hat hier mehrere Seiten gewidmet. Wir schauen mal durch. Also. Zum einen wird uns natürlich hier nochmal der Name näher gebracht. Ein paar Drucklos. Und wir haben dann hier wie so einen kurzen Steckbrief mit einer Abbildung des Charakters. Und dann gibt es nochmal Fotos oder Skizzen. Ja, und das hat man jetzt hier so für jeden Charakter durchgeführt. Ich werde mal schauen, dass ich euch das hier so im Schnelldurchlauf durchblätter. Also man hat hier wirklich pro Charakter dann eben die Doppelseite mit Skizzen. Und einmal hier diesen kurzen Steckbrief. Also die Frage, wie man das am besten macht, weil das ist leider echt schwer so durchzublättern, weil das so eng gebunden ist, dass man es hier kaum aufbekommt. Und so. Aber ich denke, trotz der kleinen Schatten hier kann man es ganz gut sehen. Also wie man es kennt von solchen Kampfspielen, gibt es natürlich jede Menge Männer und Frauen in unterschiedlichen Gewändern. Aber gerade die Frauen sind meistens zumindest immer sehr aufreizend und sehr knapp bekleidet. Das Paradebeispiel dafür kommt dann noch. Und ich glaube, sie wird auf jeden Fall dabei sein. So. Alle möglichen Charaktere. Und jetzt müsste es ja eigentlich langsam mal kommen. Ah ja, genau. Von ihr hatte ich gesprochen. Ivy. Also die ist echt immer brutal angezogen. Wobei, man muss sagen, die Bilder, die wir jetzt hier sehen, das ist für ihre Verhältnisse echt noch sehr, ja wie soll man sagen, sehr brav oder sehr viel Bekleidung. Die ist normalerweise deutlich aufreizend unterwegs. So. Dann haben wir hier einen Piraten. Dann den Samurai Yoshimitsu. Der es irgendwie in viele Kampfspiele geschafft hat. So vom Namen her. Astaroth. Sieht noch Ork aus. Dann hier eine Echse. E.ON. Flugechse. D'Ampere. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Zirkusdirektor oder irgendein Schauspieler. Und natürlich Ezio von Assassin's Creed. Kennt man vielleicht. Ezio Auditore da Firenze. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Tracklist zu der Soundtrack CD. Wunderbar. Gut, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook hier mit den ganzen Charakteren. Dann dieser Brief hier. Der Kunstdruck mit dieser aufgedruckten Unterschrift. Das Spiel an sich inklusive Gamedisc und der Soundtrack CD. Und natürlich dann das Ganze hier in diesem wunderbaren gebundenen Buch. Und hier ist dann auch noch die Making of DVD mit dabei. Jawohl. Das alles. In dieser wunderbaren Soul Calibur 5 Collectors Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel beziehungsweise dieser Edition. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Ganze feiert, falls ihr Soul Calibur 5 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.